Mal wieder ein richtig langweiliger Tag im Kryptosektor. Crypto Chris Update. Jo, gebt euch das. Die Follower rollen halt noch immer richtig crazy rein. Danke für 7100. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die ganzen Tech Magnet Boys und Girls. Wer mehr Behind the Scenes sehen will, mehr Details zu dem ganzen Projekt und was alles passiert ist, schaut euch meine Videos an. Ich habe so viel dazu gemacht. Und teilweise gehen die halt auch extrem ab. Oh Gott, dieses Video auch. Ich sage jetzt schon mal sorry, da gibt es morgen mehr Infos dazu. Na dann schauen wir mal in diese Inbox rein. Das eskaliert einfach zu krass. Shoutout auf jeden Fall an Do You Want Pepsi. Hat richtig gegönnt. Danke dafür. Erstmal wieder durchge-liket. Absolut feierbar. Die ganzen Likes haben einfach meine Inbox zerstört. Ich kann nicht weiter scrollen als 5 Stunden. Shoutout verdient. Respekt dafür. App ist direkt abgekackt. Portfolio schaut derzeit so aus. Also das zeigt mir hier an. Plus 6000 über Nacht. Naja. Also im Großen und Ganzen geht es weiterhin seitwärts. Also bin ich einfach richtig froh, dass ich mich gerade mit diesem ganzen PC-Projekt richtig nice ablenken kann. Ja lol, hier ist schon immer der PC. Es ist zu leer hier. Aber nur zur Info, nur zur Info. Die Entwicklung im ganzen Sektor ist weiterhin so mega nice und positiv, dass hier zum Beispiel Ethereum, Anzahl der Wallets, die was drin haben, Hashrate und der realisierte Preis. Es eskaliert einfach. Einfach die Grundsätze, die werden jeden Tag besser. Also dranbleiben. Danke nochmal für den ganzen Support. Ihr seid echt die Besten. Danke an alle, die meine Videos liken. Und I am out.